So, hallo, hallo, hallo. Eine weitere Runde Lasertag und gespielt wird heute in der Arena Crash Games mit vier Teams, ah, sechs Spielern. Ich bin, äh, wo bin ich denn überhaupt? Im Team hellblau, toll, mit fünf Spielern nur. Die einzigen, die sechs haben, sind gelb. Aber das macht nichts, verlieren kann man auch so oder so. Ah, ah, und bevor ich überhaupt losrennen konnte, bin ich auch schon hin. Klingt blöd, ist es auch. Was sagte ich, in welchem Team bin ich? Hellblau. Schön, dass ich mir nicht mal die einfachsten Sachen merken kann. Höh, Lutscher. Au, Miene, ich blöd, Mann. So, rot hatten wir irgendwie zu viele Punkte, das gefällt mir gar nicht. Was? Warum ist denn das auf einmal so dunkel hier? Das ist doch sonst nicht so. Naja, ich hab's kommen sehen, sagen wir's mal so. Ich hab' ihn mitgenommen, ich hab' ihn mitgenommen. Bringt uns aber auch jetzt nicht wirklich weiter, ähm, weil meine Wenigkeit einfach mal zu dämlich zum Laufen heute ist. Was? Oh, das ist eine Miene. Die Roten sind einfach zu stark. Das gefällt mir nicht. Ich finde es immer so schön, dass ich irgendwelche Screenshots mache, weil ich mal wieder eine falsche Taste habe. Ich sollte das Ding echt mal umlegen. Warum ist denn das so scheiße dunkel hier? Nein! Es hat mich erwischt. man da war ja voll mit drauf das hätte eigentlich noch nicht werden müssen ja ja waaat ja 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 nein und rot hat mich erwischt rot genau die die mich nicht erwischen sollen ich hab tatsächlich was getroffen naja blindes Huhn findet auch mal ein Korn Huhнев Warte ne, Warte ne, Warte ne, Warte Warte ne, Warum hab ich den eigentlich nicht getroffen? Nr Nr Naja In meiner Opferrolle bin ich eigentlich relativ gut Ich opfer mich Damit wir weniger Wo kommst denn du her? Nö Alter Schwede ey Schön dass der eine Granate in der Hand hatte Meine einer komplett unbewaffnet Ich hab von Gelb schon lange nichts mehr gesehen Sind die überhaupt noch im Spiel? Ich hab daher so meine Zweifel Und Gelb ist noch da Gelb hat auch extrem hohen Nachholbedarf Schleister One minute remaining Ja toll Ich denke mal den vierten Platz geben wir nicht mehr ab Aber äh Kriegen wir nicht mehr Den dritten geben wir nicht ab Ich beiß gleich ins Mikro echt Wie kann man sich nur so dämlichst anstellen? Aber immerhin das mache ich mit einer wunderbaren Perfektion Ja Glückwunsch an Team Rot Alter ich könnte mir sowas von in die Nase beißen wenn ich es hinkriegen würde Aber ja gut Ein nicht ganz verlorenes Spiel aber Man kann das auch wesentlich besser hinkriegen Gut Mehr Erfolg dann halt in der nächsten Runde Falls es dann da zu einem Sieg kommen sollte Schaut einfach mal was passiert Bis demnächst Ciao Tschüss. 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 Vielen Dank.